Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Und wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Und wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Und wenn ihr uns beleidigt, sollten wir uns nicht rächen. Nein, um Rache soll und kann es nicht gehen. Es geht um Menschlichkeit. Menschlichkeit in unserem doch zutiefst humanistischen Beruf. Doch wo ist sie, unsere Menschlichkeit? Auch uns selbst gegenüber. In unserer gemeinsamen Arbeit zum Wohle unserer uns anvertrauten Patienten. Wie gehen wir oftmals miteinander um? Es geht um Wertschätzung. Unser Beruf ist schon hart genug. Mit immer weniger Personal. Immer noch versucht, eine optimale Pflege abliefern zu wollen. Optimal geht schon lange nicht mehr. Wir rennen wie Akkordameisen durch die Zimmer und Flure, wissend, ich kann dies alles gar nicht mehr schaffen. Immer noch lächeln für die Patienten und ihre Angehörigen. Denn sie sollten doch von alledem nichts mitbekommen. Von alledem. Von unserem unschönen Miteinander. Besser gesagt gegeneinander. Was vielleicht auch gar nicht viele wollen und es trotzdem tun. Überarbeitet, gestresst, bereits im Burnout. Doch ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss, weil ich das Geld brauche, weil ich meinen Job einmal angefangen habe, aus Berufung und auch aus Liebe zu den Menschen. Ich muss alles schaffen. Darf nichts liegen lassen. Der nächste Dienst, der kommt. Wer weiß, wer mich ablöst. Auch eine frustrierte Kollegin, die es kaum noch schafft. Und die ihren Frust dann an mir ablässt. Weil sie ist vielleicht genau diese eine, die eine von zwei oder drei, die die Atmosphäre auf Station vergiftet. Die eine, die auch nicht mehr kann, Schmerzen hat, immer weitermacht, sorgen daheim und weiß, sie selbst ist auch am Limit. Oh ja, ich verstehe das. Doch warum macht sie sich Luft über ihren Unmut an anderen? Dann geht es meist über die fachliche Schiene. Oder der Ton stimmt plötzlich nicht. Lauthalses Geschrei noch nach dem nächsten Dienst über Kollegen, die nicht anwesend sind. Denunzieren mit Nichtwahrheiten sind dann an der Tagesordnung. Muss das wirklich so sein? Manch eine Leitung lebt davon. Selbst nicht wissend, wer die wirklich guten Pferde in ihrem Stall sind. Es sind oftmals nicht die, die am lautesten schreien. Im Gegenteil. Die Stillen. Oftmals durch ihre Stille deeskalieren wollend, werden verkannt und zum Bauernopfer geht degradiert. Toleranz. Uns selbst gegenüber. Wo ist sie? Unsere Toleranz allen Kollegen gegenüber. Verständnis, denn wir alle wissen, ob dem zu viel an unserer Arbeit. Wo ist unser Nein? Das übernehmen wir nicht auch noch. Doch arbeiten wir nicht im 24-Stunden-Rhythmus. Was ich nicht schaffe, macht der Nächste. Und wenn nicht der Nächste? Und wenn es niemand schafft, dann eben dies, was liegen geblieben ist, wird die Priorität am nächsten Tag sein. Ich bin seit sieben Jahren Leasing-Schwester im Intensivbereich und immer noch glücklich, meist so meine Arbeit machen zu dürfen als Leasing-Schwester. Warum? Ich arbeite an den Tagen, an denen ich arbeiten möchte. Ich arbeite in den Schichten, in denen ich arbeiten möchte. Und ich arbeite nicht mehr in einem festen Team, in einem festen Haus, denn auf all die Querelen, die dort in den Teams statt weniger immer mehr wurden, ob dieses enormen Drucks aufgrund von zu wenig Personal, habe ich ganz gelinde gesagt, kein Bock. Jedoch, es wird auch in unserem Job des Leasings immer härter. Mit mir als Leasing immer noch unterbesetzt an manchen Tagen, in manchen Einrichtungen. Das Personal auf fast allen Stationen ist fix und fertig. Viele im Burnout und sie haben es nur noch nicht erkannt. Und einige der Festangestellten haben sich in den letzten Jahren wohl nun auch darauf spezialisiert, eine Leasing-Schwester in ihren Frust und der Welt des Mobbing mit einzubeziehen. In manch einem Team sind Demütigungen scheinbar schon an der Tagesordnung und keiner sagt etwas dazu. Sie schweigen. Ist das nicht noch viel schlimmer, dieses Schweigen? Schweigen aus Angst, ich könnte der Nächste sein, den sie oder er sich dann vorknöpft. Es wurde in den sieben Jahren, in den letzten sieben Jahren sehr deutlich und es wurde sehr viel mehr. Ausnahmen sind die Kollegen, die selbst noch neben ihrem festen Job noch in einem Minijob in anderen Häusern nachgehen und natürlich auch all die Kollegen, die nicht so gestrickt sind, andere fertig machen zu müssen. Und wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht, bluten wir da nicht alle, jeder von uns. Wir und ich sehe mich als Krankenschwester, die sich bewusst ist, ohne mich wäre es noch einer weniger. Statt sieben Kollegen nur fünf. Au Backe. Es gibt Gott sei Dank noch überwiegend Stationen, die sich freuen, wenn wir kommen, denn sie sind Wissende. Wissend nicht fünf, sondern sechs, obwohl sieben Standard wäre, sind jetzt im Dienst. Sie reden mit mir. Sie lächeln auch mal. Sie helfen und zeigen und schicken mich nicht nur. Musste da hinten mal gucken. Oh, großer Raum. Viel Beschriftung. Nicht drin, was draußen dran steht. Ich habe drei instabile Patienten und doch kaum Zeit zu suchen. Na gut, keiner da. Alle grummeln. Sie meiden mich nicht. Sie lachen auch mal. Denn ist es nicht das, was wir eigentlich alle wollen? Die Arbeit muss flutschen. Ab und an mein Wort. Eine vernünftige Antwort. Und eben einfach auch mal lachen, wenn es die Zeit und Gelegenheit zulässt. Herziehen über andere, im Beisinn von Leasing-Schwestern, unangenehm. Über andere Leasing-Kräfte, noch unangenehmer. Was erzählen sie über dich, wenn ich fort bin, frage ich mich manchmal. Ganz leise, nur für mich. Egal, Dagmar, Achtsamkeit. Achte auf dich selbst. Und wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Vergiften wir doch weniger unsere eh schon harte Arbeitswelt. Vergiften wir uns selbst weniger und unsere Arbeitsatmosphären. Einmal fragte ein Kollege, du sagst immer, wir. Arbeitest du noch fest irgendwo? Er verstand meine Antwort nicht. Nein, ich mache nur Leasing. Doch für mich sind alle Kollegen, egal wo und egal wer, gleich und gleichwertig. Wir alle sind Pflegekräfte, wo es nur um eins geht, um das Wohl der uns anvertrauten Patienten und um diesen einen Arbeitstag, an dem mir meine Arbeit tatsächlich auch noch Spaß machen sollte und ich, wir alle in Ruhe unsere Arbeit machen können. Und dass wir endlich auch wieder unter menschlichen Bedingungen arbeiten können. Kein Akkord im Krankenhaus, keine Zwölf-Stunden-Dienste in der Häuslichkeit und keine 24-7 von pflegenden Angehörigen meist auf sich alleine gestellt. Ja, alle, die pflegen, sind am Limit. Pflegende aller Sparten, lasst uns für Gleichberechtigung, für Anerkennung, für Wertschätzung, Toleranz von uns selbst und für den Erhalt unserer Demokratie streben und zusammenstehen. Lasst uns ehrlich sein und gut miteinander arbeiten. Und wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Ich lache sehr gerne mit euch und ihr.